Ich hatte mal Lust, ein neues Spiel zu spielen, also ging ich zum Mediamarkt und durchdöberte die Regale. Da fiel mir ein Spiel auf, welches den Namen Pokémon Ranger trug. Ich hatte schon viel von dem Spiel gehört, dass es gut sein soll und einfach süchtig macht. Also packte ich das Spiel ein, bezahlte an der Kasse und fuhr nach Hause. Dort pflanzte ich mich auf das Dofer und spielte. Ich spielte ein Mädchen, das sich Sylvia getauft hatte. Das Spiel machte so Spaß, dass ich alles Wichtige vergaß. Die Schule, Freunde, Familie und mich selber. Nach drei Monaten hatte ich endlich das Spiel um die dazugehörigen Downloads zu Ende gespielt, also brauchte ich ein neues Game. Ich ging wieder zum Mediamarkt und suchte. Da stand es, Pokémon Soul Silver. Ich schnappte mir das Spiel und rannte zur Kasse. Die Kassierin verlangte 50 Euro, weil es eine Sonderedition war. Als ich bezahlt hatte, fuhr ich natürlich nach Hause, damit ich mich durch das Spiel durchspielen konnte. Ich startete das Spiel. Aber was war das? Da war schon ein Spielstand und noch ein freier Slot. Ach so, das ist wohl wegen der Sonderedition, dachte ich mir und bitte lieber den freien Slot. Ich machte die Charaktererstellung und spielte. Als Starter habe ich Kani Mane genommen, weil es so niedlich ist. Was mich sehr freute war, dass die Grafik genau wie bei Pokémon Ranger war und coolerweise auch so ähnliche Zwischenmissionen. Nach einer Woche hatte ich den Chang besiegt und alle 16 Orden. Also startete ich den ersten, schon vorhandenen Spielstand. Eine Textbox mit folgenden Worten erschien. Hole Pokémon von Pokémon Ranger. Finsternis über Almir rüber. Bitte warten. Hä? Wie jetzt? Wie will er das denn machen? Dachte ich und es ging weiter. Tatsächlich, die Pokémon wurden rübergezogen. Ich spielte weiter, bis ich auch diesen Spielstand fertig hatte. Jetzt wurde mit Pokémon zu langweilig und ich legte es weg. Ein Jahr später landete es auf dem Dachboden, wo es für fünf Jahre versauern musste. Pokémon hatte ich ersetzt gegen COD und Red Hatfield, was halt so angesagt war. Eines Tages aber fand ich meine Nintendo im Regal wieder. Ich wischte den Staub von dem Gerät und ging auf den Dachboden, um die Spüle zu suchen. Da war sie. Meine Kindheit in Kartons. Ich fischte mein altes Pearl aus dem Karton und steckte es in die Hosentasche. Danach hatte ich auch meinen Pokémon Ranger wieder. Sofort legte ich das Spiel ein und startete es. Mein Spielstand hatte es überlebt. Zum Glück. Ich lief durch die Landschaft, aber irgendwie wirkte sie traurig und angsteinflößend. Hatte das Spiel doch Schäden abbekommen? Ich spielte weiter. Erst jetzt bemerkte ich, dass die kleine Pokémon-Truppe, die einem sonst hinterher lief, nicht mehr da war. Nur der sogenannte Starter, ein Plimpfer, war noch da. Der Spray vom Plimpfer bewegte sich sehr komisch. Es torkelte und schaukelte mir hinterher. Plötzlich kam es zu einem Plan. Ein Kani-Mani, tot, greift an. Warum stand dann tot? Der Bildschirm ruckelte und wurde letztendlich schwarz. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Da das Gerall um ein Kani-Mani auf den schwarzen Bildschirm erschien, der Spray vom Kani-Mani. Eine Textbox erschien, wo stand, warum machst du sowas? Warum hast du mich nach Pokémon-Ranger verbannt und vergessen? Ich wollte den Nintendo ausmachen, aber es ging nicht. Wieder kam eine Textbox. Du kannst nicht fliegen. Dir füge ich den gleichen Schmerz, so wie du mir. Ich verbanne dich. Aus den Lautsprechern kam ein so hoher Tor, dass es mir schwindelig wurde und ich umkippte. Als ich aufwachte, lag ich immer noch auf dem Dachboden. Es war schon dunkel draußen und der Mond schien durch das kleine Fenster auf mich und den Nintendo. Erschrocken sah ich, dass aus den Lautsprechern komischer Nebel floss. Auf dem Bildschirm waren Ritze, die sich immer weiter aufbreiteten. Das Glas zersprang und eine Klaue kam aus dem Gerät. Sie packte mich am Bein. Ich fiel hin und wurde über den Boden zum Nintendo gezogen. Ich zappelte, als plötzlich schwarze Ranten aus dem Boden kamen und mich festhielten. Ich schrie und kreischte, so laut und hoch ich konnte, aber nichts halten. Aus dem Schatten kam ein schwarzes Monster mit gelben Dornen am Körper. Es hatte Flügel mit roten Dornen dran. Er schwebte auf mich zu, öffnete sein riesiges Maul, welches rot glühte. Ich schrie und spürte einen schmerzhaften Druck auf meinen Arm. Ich schreckte hoch. Alles war dunkel. Neben mir war es nass. Meine kleine Schwester machte die Tür auf und sah mich an. Ich sprang auf und schoss sie in meine Arme. Ich weinte und war glücklich, dass das nur ein Albtraum war. Oder doch nicht? Im Dunkeln sah ich zwei rote Augenpaare, die mich anstarten.